Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserem kurzen Abschlussvideo sozusagen heute mal und zwar für unser Deep Learning hier, was wir hier gemacht haben und ja, wir wollen oder ich musste noch oder ich muss mit euch jetzt gemeinsam noch ein paar Dinge kurz ändern und zwar hier einmal das Volatile auf True setzen, das habe ich irgendwie im Eifer des Gefechts wie die anderen Dinge auch vergessen und das heißt, wir müssen hier sagen, ja, es soll natürlich veränderbar sein, also diese Variable hier, Non-File-Lex, die muss sich verändern können, sonst haben wir hier natürlich ein Problem, sonst können wir die nicht durch unser Model durchschicken, dann deswegen setzen, ah ne, tun wir gar nicht, das ist das andere natürlich, okay, aber trotzdem muss die hier eben Volatile sein, sonst funktioniert das Ganze nicht, sonst gibt das Ganze einen Fehler. Hier brauchen wir natürlich, also aus unserem Model kommt ein zweidimensionale Variable zurück, das heißt, wir müssen natürlich auch hier einen Tensor mit zwei Dimensionen machen und nicht nur mit einer Dimension, ganz klar. Damit wir hier unten auch beim Auspacken nicht irgendwie den Fehler bekommen, dass es beim einen funktioniert, also bei dem hier würde es funktionieren tatsächlich, hier das mit zwei zu machen, aber bei dem anderen würde hier ein Fehler kommen natürlich, weil wir hier nur eine Dimension haben. Okay, deswegen hier natürlich beim Auspacken müssen immer zwei Dimensionen verfügbar sein und dann passt das auch so. Perfekt! So, und abschließend möchte ich mit euch noch eine Funktion schreiben, die eben dieses Show hier implementiert, das heißt, wir brauchen natürlich, ähm... Achso, und noch eine weitere Sache, ähm, ich habe jetzt hier unten gerade mal kurz das Show rausgemacht, da ist mir noch aufgefallen, ich habe hier Norm 3 gar nicht reingeschrieben, das ist euch wahrscheinlich auch direkt am Anfang aufgefallen, und ja, jetzt haben wir eigentlich soweit das, was wir hier machen wollten, jetzt können wir eigentlich auch das Ganze schon laufen lassen, also sorry für die ganzen, oder für ein paar Bugs, das kommt immer mal wieder vor, ich meine, wenn man hier jetzt nicht irgendwie, ja, so ein kurzes bisschen Code hat, dann ist das einfach da, aber ja, jetzt können wir tatsächlich das Ganze starten, wir sehen hier diesen kleinen, ähm, dieses kleine Teilchen und das bewegt sich hin und her und unser Model wird trainiert, beziehungsweise wird demnächst trainiert werden, ähm, ja, okay, es sind nur 10 Episoden, es wurde kurz trainiert, aber 10 Episoden sind halt einfach nicht genug, und, ähm, ich würde jetzt hier auch tatsächlich diese, äh, diese Funktion noch kurz reinschreiben wollen, die wir hier gerade, oder die ich gerade rausgelöscht habe, und zwar Show, aber wobei halt, wir haben sie hier oben schon appendet, das heißt, wir müssen hier unten nur noch den Plot definieren, ähm, das heißt, wir gehen jetzt hierher und schreiben Plot.figure, und, naja, was wollen wir denn anzeigen, äh, keine Ahnung, Ficke Nummer, lassen wir jetzt hier mal raus, Plot.plot, was wollen wir anzeigen, naja, natürlich made it, also wie lange wir es sozusagen durchgehalten haben, wie viele Zustände wir erreicht haben, bevor eben unsere, ähm, unser Stab sozusagen zu weit umgefallen ist, ihr werdet gleich sehen, dass es nicht komplett, äh, komplett umfallen muss, damit es als verloren gilt, sondern dass auch schon ein paar, oder eine sehr, sehr kleine Neigung ausreicht, um hier als verloren zu gelten, ähm, das heißt, wir wollen hier made it natürlich angeben, made it, so, wunderbar, und jetzt würde ich einfach mal vorschlagen, wir erhöhen hier das Ganze auf vielleicht 100, wobei selbst das relativ wenig ist, also ich werde jetzt dann euch das mit, mit euch kurz bei 100 zuschauen, damit wir auch sehen, wie ihr hier lernt, und, ähm, ja, für den Fall, dass ihr eben hier noch, oder wenn wir hier noch ein bisschen mehr machen, dann werde ich das Ganze einfach so laufen lassen, ihr könnt dabei sozusagen zugucken, und, perfekt, also wir sehen hier, es wird schon langsam besser, das war schon gar nicht mal so schlecht gerade, jetzt probiert er gerade ein bisschen aus, also das sehen wir, wenn er, wenn er exploriert, dann sehen wir, dass es gar nicht so gut ist, aber das ist jetzt zum Beispiel richtig gut gerade schon, hey, hey, okay, cool, ähm, also wir sehen, offensichtlich lernt er richtig, richtig viel, er ist schon echt saugut geworden, allerdings hat er noch nicht so ganz kapiert, dass er einen Rand nicht fahren darf, hey, hey, okay, ähm, aber ja, wir sehen, er ist schon ziemlich nicht schlecht, ja, aber jetzt hat er sich ein bisschen verrannt in dieses immer so leicht nach rechts, äh, nach links gehen, ja, jetzt macht er fast immer dasselbe, da ist tatsächlich noch ein bisschen Optimierungsbedarf, wobei es ist schon sehr, sehr gut, also ich meine, wenn er jetzt noch lernen würde, dass er nicht an den Rand darf, dann wäre das ganz toll, aber ich glaube, das macht er gerade, ähm, ja, also ihr seht, da kann man, uh, ja, ähm, er kann schon, oder man kann hier schon deutlich einen Fortschritt sehen, und, oh, das war jetzt gerade wieder explorieren, ähm, jetzt versucht er wieder hier nachzugehen, also wir sehen, vielleicht sollte man hier mit den, mit den Tuning-Parametern noch ein bisschen rumspielen, damit er ein bisschen mehr exploriert, und nicht immer jetzt dieses, was wirklich das Beste ist, also das war quasi das beste Ergebnis, hier so an den Rand zu fahren, ganz, ganz langsam, und nicht in der Mitte zu balancieren, das ist momentan für ihn das beste Ergebnis, das heißt, wir sollten hier vielleicht die Exploration noch ein bisschen höher stellen, und, ähm, ja, das würde ich tatsächlich mal machen hier, und dann schauen wir uns am Ende an, was passiert bei Tauro, 1000 Episoden hier, das heißt, wir setzen hier vielleicht die, ähm, das Ende auf 0,05 hoch, damit wir hier auch noch was sehen können, und, ja, ich lasse das jetzt mal trainieren, wir haben hier hier den Plot noch drin, damit wir eben sehen können, wie lange das durchgehalten hat, und dann hören wir uns gleich wieder. Ich würde euch vielleicht empfehlen, dazu, ähm, einen Kaffee trinken zu gehen, oder, keine Ahnung, Mittag zu essen, oder sonst irgendwas, also, lasst euch Zeit, das wird eine Weile dauern. Gut, bis nachher. Okay, also, wir sind jetzt mittlerweile bei Epoche circa 900, ich habe mittlerweile einen Kaffee getrunken und Mittag gegessen, aber wir sehen, dass das Ganze nicht wirklich gut ist, und ich muss dazu sagen, ich habe natürlich die ganze Zeit zugesehen, habe ich tatsächlich sogar, ich finde das irgendwie sehr, sehr interessant, und ich würde euch mal bitten, das auch wirklich selbst zu tun. Wir werden nachher in der Evaluation sehen, also, in dem Graph, den wir hier haben, werden wir sehen, dass, ähm, ja, dieser wunderbare Stecken hier, ähm, sehr, sehr gut lief, als wir so bei Epoche 100 rum waren, und danach ist wieder deutlich schlechter geworden, wie zum Beispiel jetzt. Also, es gab tatsächlich bessere Zeiten, und das könnte ein Zeichen sein, dass wir hier, ähm, zu großes Memory haben, oder zu wenig, oder zu viele Neuronen, oder eine zu, ja gut, die Bad Size ist okay. Ähm, deswegen würde ich hier tatsächlich noch mal optimieren wollen, wenn ich, also, ich würde hier jetzt noch mal ein bisschen optimieren, und ein bisschen dran rumspielen, und so weiter, und dann einfach mal ein bisschen gucken, aber, ja, für euch gilt natürlich hier, einfach mal selber die ganzen Tuning-Parameter noch anzupassen, vielleicht das Gamma anzupassen, vielleicht wollt ihr hier, ähm, dann, ja, das Memory kleiner machen, vielleicht wollt ihr hier irgendwas anderes kleiner machen, und so weiter, und, ja, dann schauen wir gleich mal rein, wie die Evaluation hier läuft, also wie der Plot nachher aussieht. Gut, so, und da sind wir wieder, ähm, das ist der Plot, wie lange wir sozusagen durchgehalten haben, und hier sehen wir, wir haben wirklich sehr, sehr scheiße lange durchgehalten, relativ am Anfang, also, wir haben hier sehr steil gelernt, und dann haben wir es tatsächlich bis zu über 400 Zyklen ausgehalten, und dann sind wir aber wieder rapide runtergegangen, obwohl wir eigentlich hier beim Optimum waren, also, das ist schon wirklich sehr, sehr lang gewesen, ich glaube, da habe ich auch zugeguckt, also, auf jeden Fall, hier so in dem Bereich war es wirklich sehr, sehr lang, und dann sind wir wieder schlechter geworden, und hier dann sogar noch schlechter geworden, also, niedriger ist in dem Fall nicht, ähm, besser, sondern eher schlechter, und das bedeutet nämlich, wir haben es nicht so lange ausgehalten, also, das sollte man vielleicht im Kopf behalten, vielleicht haben wir auch hier ein bisschen Overfitting gehabt, oder vielleicht sollten wir einfach auch das Training, und das ist häufiger mal der Fall, dass man das Training nach der besten Epoche sozusagen beenden sollte, das heißt, wir sollten, bevor es hier wieder bergab geht, also, so, ähm, nach der so circa 70. Epoche sollten wir unser Training beenden, oder halt die Parameter neu anpassen, und das ist jetzt tatsächlich auch das Letzte, was ich euch erstmal zeigen wollte, ähm, jetzt, wie geht es hier weiter? Ihr kennt nun die eigentlichen Strategien, wie man so neuronale Netze erstellt, was so der Sinn dahinter ist, und, ja, was man so im Endeffekt machen muss, also, ihr kennt die Praxis dahinter, jetzt könnt ihr tatsächlich anfangen, eigene Modelle zu schreiben, die ganzen Tuning-Parameter, und das sind wirklich einige, einfach mal ausprobieren, optimieren, und das ist wirklich das Wichtigste hierbei, dass ihr euch da selber dran übt, es gibt unglaublich viele Datensätze, guckt einfach mal auf Kegel vorbei, mit dem haben wir auch gearbeitet, da gibt es noch viel, viel mehr Datensätze, wo man auch was machen kann, und dann versucht euch einfach mal dran, und versucht da gute Ergebnisse bei zu erzielen, also auch wirklich mit den Tuning-Parametern arbeiten, schauen, wann könnte ich denn eventuell hier mein Training beenden, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall hier, ähm, was die Serie hier angeht, eventuell mache ich demnächst noch weiter, dann werde ich einfach neue Videos einfügen, und wir werden dann einfach mal sehen, vielleicht habe ich noch ein paar coole Ideen, was man hier machen könnte, und ja, das war es erstmal von meiner Seite, allerdings vorerst, und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, was auch immer das sein mag, bis dann, ciao!